Ah, das Ganze macht mich müde, diese Osterfeiererei. Da muss sie Verwandtenbesuche machen, kennst sie ja von Weihnachten, Vater, Mutter, Onkel, Tante. Da muss sie ein nettes Gesicht machen, sonst sind die ja beleidigt. Also kurz, was ich dir sagen wollte, auch das geht vorbei. Ich wünsche dich ne schöne Osterfest. Und denke dran, denke dran, ja, Essen ist angesagt.